1, als hier in der Red Bull Arena Leipzig der Anstoß von Clown Valentina Tölz. Acht Leute orientieren sich alle nach vorn. Hohneder gewinnt das Kopfballduell. Das ist Matthias Morris und das ist Fran und das ist das Tor. 1-0 für Leipzig. Wie schnell ging denn das? 2-0 für Leipzig.